Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Episode von Alles über Podcast Marketing. Du suchst neue Wege, Deine Markenbotschaft ins Ohr und aufs Handy Deiner Kunden zu bringen? Bei Alles über Podcast Marketing erfährst Du, wie es geht. Denn das ist unser tägliches Geschäft. Lass uns loslegen. Warum brauchen wir einen Podcast, der uns erklärt, was Podcasting ist? Diese Frage stellte mir mein Team, als ich im Sommer beschloss, diese Show zu launchen. Und, naja, aus einer gewissen Perspektive heraus auch zu Recht. Die Idee nämlich wurde geboren aus den vielen Anfragen, die ich dieses Jahr von PR und Marketingagenturen und vor allen Dingen unseren Kunden, nämlich mittelständischen Unternehmen, erhielt, die wissen wollten, wie Podcasting eigentlich funktioniert. Denn einer Show zu folgen, so wie Du das hier gerade tust, und sie zu konsumieren, ist das eine. Podcasting als Marketinginstrument jedoch zu nutzen und strategisch im Marketingmix einzusetzen, eine ganz andere. Und damit möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Carmen Brablitz und seit 2006 als Markenstrategin mit der Spezialisierung auf Dienstleistungsunternehmen, vor allen Dingen im mittelständischen Bereich, unterwegs. 2018 habe ich ImageSales Podcast Marketing gegründet. Wir wollen erreichen, dass jeder Mittelständler weiß, was ein Podcast ist und dieses, in meinen Augen, wirklich geniale Marketinginstrument richtig einsetzen kann, um vor allen Dingen seine Markenbotschaften an die richtige C-Gruppe zu richten. Ich möchte Dir an dieser Stelle, wie Du schon merkst, das kollegiale Du anbieten, da wir hoffentlich eine Weile einen gemeinsamen Weg gehen werden. Denn mit dieser Show möchte ich Dich in die Lage versetzen, zukünftig Podcast-Marketing in den Marketingmix Deines Unternehmens zu integrieren. Ich werde Dir Strategien offenbaren, wie Du mit vergleichbar wenig Aufwand mit einem Podcast den besten Vertriebsmitarbeiter, den Du je hattest, aufstellst. Er wird Dir ermöglichen, dass Deine Zielgruppe Dein Marketing freiwillig auf sein Handy lädt und auch noch mit Genuss konsumieren, Schrägstrich hören wird. Ich erkläre Dir, wie Podcasting funktioniert. Schritt für Schritt werde ich Dir zeigen, wie Du einen Podcast entwickelst, der zu Deiner Markenstrategie passt, wie Du ihn vermarktest, damit Du auch wirklich Gehör findest und wie Du mit diesem Marketinginstrument auch wirklich Umsätze realisierst. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich werde Dir zeigen, wie Du Dein Marketing durch Podcast-Marketing refinanzierst. Wenn Dich das interessiert, dann lade ich Dich herzlich ein, unser Abonnent zu werden. Durch Dein Abo dieser Show wirst Du nämlich automatisch jede neue Folge auf Deinem Handy empfangen, ohne etwas aktiv dafür tun zu müssen. Wenn Du darüber hinaus noch weitergehende Informationen erhalten willst, logge Dich kostenlos in unser Wissensportal image-self.expert ein und genieße alle Vorteile des Community-Bonus. Den Link, den habe ich Dir natürlich auch in den Shownotes hinterlegt. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Denk daran, bringe mit Podcast-Marketing Deine Markenbotschaft ins Ohr und aufs Handy Deiner Kunden. Deine Kam. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.